So, da sind wir wieder. Diesmal spielen wir einen Dominion und wir haben einen mit Gold-Elo im Team. Anscheinend auch Deutsch. Der Blauwächter ist auf jeden Fall Deutsch, also der Gangplank. Die wollten uns schon so ein bisschen trollen, aber naja, was soll man sagen, sind halt Deutsche. Genau. Ja, ich spiel heute Warwick hier. Und ich den lieben Olaf. Genau, zwei Tanks. Ja, zwei Tanks unten. Mal schauen, wie sich das gewährt und die trollen uns, die Deutschen, weil sie einfach nur zu cool sind. Ja. Weil ich hab geschrieben, dass wir beide unten lang gehen, dann haben die geschrieben, dass sie mit Wildlife unten lang gehen, also mit Rafa. Genau. Mal schauen, wie sich das hier ergibt. Mal schauen, wie ich oben hinstehe. Komm, steh mal. Komm, wir gehen halt hoch, wenn die alle unten lang gehen. Ja, guck, Lappen können da schreiben schon einmal in den Chat rein. Ja. Ja, pot ich back. Lass pot gehen. Kommt bitte schön. Wichtig coole Typen. Aber fuck, ganz vergesst, was zu kaufen. Egal, mach ich nachher. Ja, klar. Klar, du hast dir so viel Gold vergesst, was du kaufen. Ja. Ja, aber... Kommst du... Und vor allem, du hattest so viel Zeit. Ja, ich... Wir haben einen Checks. So. Jetzt hab ich mir was Schönes gekauft. Was ganz Schönes. Ja, Defense und schöne Schuhe. Was sehr Schönes. Ja. Zogamana hat's mir gegeben. Ich... Keine Ahnung, was du mit Olaf zuerst hochmacht. Ähm, die Q machst du erst hoch, dann die E und dann die W. Na, ich hab jetzt die E, keine Ahnung. Weil die absoluten Damage macht. Ja, ne, die E verbaust du mal noch, die Q ist dazu da, dass du sie verlangsamst. Ja, die Angst halt. Genau, und wenn du sie wieder aufsammelst, hast du einen Schluss. Halt mal ab, pass auf. Ja. Pass auf. Oh fuck. Du hast geflasht. Ja, komm. Und jetzt schläft du. Ja, ich hab's falsch. Dafür hab ich den Tower. Ja, nice. Ich hab's an, dass ich... Fähigkeitsstärke brauch mit ihm läuft. Hm... War wie keine Ahnung. Ja, Startgegenstände, Ring des Schürfers. Na, ich lass mal wegkommen hier. Oh ja, mach das. Oh ja, wir haben den Tower hier. Aber pass auf, wenn ihr Sion. Ja. Halt mal ab und einnehmen. Ich halt, versuch hier Jacks wegzuhalten. Warte, ne, ich muss hier bleiben. Was ist denn schlimm, der hier wieder ein? Oh, jetzt kommt noch ein Heimat. Komm zu mir an Tower. Ich brauch Hilfe. Die wollen jetzt den Tower zu retten. Oh, Dreck, die Schütze. Ja, jetzt kommen sie hier alle, oder was? Ja, komm. Ich renne mal lieber. Der hat schon Ulti, dieser Ding. Ich hab nur nicht mal, ja. Das hat der Ulti schon von dem Gegner. Jetzt hab ich auch Ulti. Jetzt ich auch. Ich verteidige das hier mal. Ja, bin schön, der da. Gehst du dein Handy, nimm da hin. Ja, jetzt bin ich schon unterwegs. Bin gleich da. Haltet dich, Trauer. Hast du eigentlich gar nicht Sion dabei? Ja. Das wird wahrscheinlich ein Los. Ja. Weil die haben vier und wir haben nur einen. Wir sind trotzdem nach vorne. Ja, komm, wie weit ich springen kann. Oh je, da nex Minions. Dann baue ich jetzt erst die Schuhe aus, dass ich schneller bin. Ich guck, die haben fast alle von uns. Ähm. Ich komm gleich wieder unten. Ja, ich spring gleich wieder da. Ich hab's eingenommen. Ich geh mal hoch, dann nimmt grad der Sion. Ja. Ah, der Sion anscheinend nimmt da grad den Tower ein. Ja, so, kommt da auch noch. Ja, 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 schon tot, schon tot. Aber wir sollten ja noch wieder was einnehmen. Ja, Jax ist bei mir nämlich. Ja, da läuft das so rum. Alter, der Jax ist schon tanky. Und den kriegen wir da? Ja. Nice. Holt ihr mal das Heel-Ding da hinten drin, ne? Ja. Aber Mats, haben wir eins. Na. Ach, ich hasse es, dass du nicht mehr einnehmen kannst. Achtung, die Jinx. Ja, die, die seh ich schon. Die nerft. Mit ihrer Reichweite. Dome Mats, nein, wenn du brauchst. Ja, ich- Ja, ich nimm's mir einfach mal. Tumlos-Day-Sion. Ah, der schlechte und Basketball-Day-Typ. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, danke für den Heel. Jetzt wird's hier kritisch. Aber dafür sind wir immer wieder. Ja, einmal good-down noch. Oh, dieser Dreck's dann. Ich push mal unseren Tower. ja so je die chings die chings sich in ad 10 in dominion ist einfach nur das beste für uns ist es schlecht für die gegner ist es praktisch wir haben keine adc doch weiter gar aber er ist nichts und zwar ja das macht der ulti und die uein heute noch oder nee achtung Nein, die Aktion ist so kurz geflogen. Warte, den lenken du einfach weg. Ich nehme den Tower in den Parkstuhl. Ah ja, ich bin jetzt hier mehr. Sonst sterb halt. Ich nehme in Ruhe den Tower ein. Aber wir haben den Tower wieder. Weil es sieht gerade besser aus für uns. Wir haben alles auf einer. Dann nehme ich mal den da vorne hier rein. Pass auf, da kommt jetzt eine Jinx. Ich habe alles Heal. Ja. Darf nicht. LOL. Die weiß halt gleich, dass ich von hier oben komme. Ich gehe mal zurück. Ja, jetzt holen wir auf. Und dann hole ich mir Defense und Leben noch. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal einen Froschhammer. Schwarzes Bay Froschhammer. Und dann habe ich mir eine fette Warmox rein. Ja, das ist jetzt nice. Und mir ist aufgefallen, ich habe schon ewig nicht mehr Warmox gekauft. Ich habe vorhin mit Nautilus durch Full-Bilds 4500 live und 53,3 Leben wiederherstellung gehabt. Nö, seitdem ich LOL wiederzock habe, habe ich noch nie eine Warmox gekauft. Ja. Ja. Nervt nicht. Ich glaube, der Checks, ja, wie schnell ich der Checks. Ja, aber siehst, wir machen so viel weniger Damage. Das Beste bei Wukong hat das mal gemacht bei Aram. Hat sich ein Doppelgänger gemacht und dann war ein Gebüsch plötzlich. Fällt gar nicht auf, wenn auf einmal der Wukong sich als Doppelgänger entern und Wukong irgendwie weg ist. Ja. Nix da, hier. Weg da. Oh, mich, der Checks, der linkt uns ab, gell? Halt, 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 Huli, na. Ja, der karrt sich dann auch wieder nur, ad. Komm, komm. Der wollte mich unbedingt noch inkleiden. Und der hat mit der Ulti weg, gar nicht schlecht. Ja, der geht top. Wenn er, wenn er noch unbedingt sterben will, soll er mich noch im Bacetower igniten. Mit mir macht's nix aus. Ich werd mir für ein Verboot kaufen. Ja, ich hab mich schon heim, ähm, Eifer hab ich mich schon geholt für Laufspeed. Hättest du lieber Dings gekauft, äh. Ich kann ihn noch ändern. Wie heißt's? Magieris Angris Tempo. Fällt gar nicht ein, wie's heißt. Nein. Drecks, dann. Ja, bin aber noch. Boah, Drecks, Tower. Mhm. Ich kann nicht mehr mehr machen, äh. Achtung. Na, ich geh jetzt erst mal zurück, sonst sterb ich noch. Da oben sind wir's gut durch, die sollen den Tau kriegen. Ja. Ich versuch hier zu dürfen. Oh, ich hab noch vier, ich hab noch vier Heilpots, die schluck ich mal geschwind. Ja, wir haben auch gesagt schon fast fertig. Und da hol ich mir auch noch ein schwarzes Beil vielleicht. Da hat's ganz schön wieder dürfen, ich geh mal zurück. Ja. Hier sollte mal eine aufpassen. Da. Das macht mich schon fast kein Damage mehr. Ja, woher weiß denn die, dass sie jetzt von da kommen? Sie ist ja bei Gangplank. Ich hoffe mal, dass ihr damit's die nicht kriegt. Ich komm mit den Minions. Heimer kommt, Heimer kommt. Ja, du, der kann kommen. Nee, er geht in die Base. Aber Jacks will kommen. Ja komm, jetzt lauf ich auch mal in die Base Tower und tut ihm einen Gefallen. So wie er. Nö. Da denkt er sich. Ich bin ja kein Social Boy. Komm und den Tower. Jetzt sie alle auf mich jetzt versuchen zu gehen. Ich hab ihn, ahm, noch nice. Ah, er ist mir tot. Hast du dich schon verbraucht? Ja. Ja, ich hab sie schon verbraucht, aber... Ich hab einfach nur noch draufgeklappt. Warte, wenn die Vayne sie jetzt noch die Jinx holt... ...und dann vielleicht wieder ans Einnahmen denken, äh... Nein, da kommt schon wieder ein Yasuo. Ah, nice. Ja, Chase Yasuo anstatt einfach unten einnimmst. Ja. Und schon gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, mal wieder gewonnen. Ja. Nächstes Mal zocken wir dann nochmal, oder? Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao.